wirkt mit natürlich gar besseren als jürgen jürgen erzählen was ich leite auf einem Lama Lama im Lama also Jerome ist im Fachbereich Campen unschlagbar so und ihr könnt sehen er ist ein Lama der ich hehehe hehehe keine Ahnung wieso ich das witzig finde aber ich finde es genau so hart witzig da 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 es müssen drei Gegner verrecken damit ich keine Minus die Runde gemacht hab da 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 people 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 4 nahe ET o Heinz ce kader Alorsda Ingum either 林 0 pppppppppppppppwpppppppppppppppppppppppppp als sie sind zwei wo halt noch nicht diese großen bücher waren Prozent hier bei diesen kleinen ich bin hier oben ich bin einst mit dem Busch und darf mich nicht bewegen das bin ich am Arsch ah verabt die Scheiße wieso sie so und so Hallo komm jetzt muss doch noch einer verrecken wenigstens Top 25 Thanks Epic FUNKS Jerome ist ein offensiver Camper er springt raus bei der besten Gelegenheit er movt immer mit der Zone nach und halt dabei nach Fischen Ausschau weil der Jerome gern in der Zone ist weil ihn keiner dann sehen kann damit er auch deswegen hat er auch immer eine Harpunde dabei um Fische aufzufallen komm die Geist müssen sieben Gegner verrecken dann ist der Roms Lama so he um 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 ich mache eine Runde so wenn wir gleich wieder da um 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 rum February rund um 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 vergessen deswegen stimmt der Giroben Prozent hat was auch schluss der Anleitung Lama gemacht kein Sinn macht weiß das glaube ich nicht mehr es gibt aber für die Ruhm macht es macht er kommt ein Fischer die Pia Fischi die Pläne Fischi Euro wichtig ist einer muss verwecken es muss als sie lief nur einer verwecken die ich bin nahmlos aus dem Raum jeder mag mich hoffentlich ich ich werde so hakelig gesniped ich sehe es kommen und eine Natürlichheit von Jerome ist er wird immer gesagt Jerome das Lama Jerome ist der King Jerome Jerome ist der King Jerome ich werde so hakelig gesniped ich ich werde so hakelig gesniped ich meine Fischi meine Lager Fischi ich werde so hakelig gesniped ich meine Fischi Ich werde so hakelig gesniped ich meinen Fischi ich werde so hakelig gesniped ich meine Fischi Okay, der Jerome ist ganz leise. Es wäre halt so. Ich würde egal, aber nachher triggert es die Leute halt immer wieder, wenn sie von dann Jerome gekillt werden. Aber ich kann es auch verstehen, wenn so ein richtiger Botkin so einen Recon-Explotator-Digger gar nicht verstehen, dass man abgefuckt ist. Oder wenn jetzt ein Jerome Jerome gewinnt, was ich aber eh nicht tun würde. Hauptsache mir war halt wirklich lang. Ich bin halt wirklich in diesem Haus verreckt. Oh, no, no, nicht diesen. Nein. Oder ich habe übelst viel Sohn-Damage kassiert. Dieses Haus ist böse. Oh, der ist jetzt gleich kommen. Gleich kommt irgend so ein WM-Profi. Jerome! Okay. Der Jerome. Schlepp aufhals. Ich werde gleich so hart bist. Denn das ist die... Der, das Leben halt wirklich nur noch zehn Gegner. Und sechs müssen fachig. Wie man das... LeGio hat 2100 Punkte. Gerade gecheckt. Mir fehlen 400 Punkte. LOL! Mir fehlen wirklich nur noch 400 Punkte. Das heißt nur noch, also mir fehlen 400 Punkte. No! Zum Glück bin ich nicht ganz, ganz nah an der Sohn. Ganz, ganz. Übrigens, Leute, jetzt kommt noch ein Trick 17. Ihr könnt ein bisschen so gucken. Zum Beispiel könnt ihr jetzt da einen Gegner sehen. Und ihr wisst, dass ihr sowas von hart gleich am Arsch seid. Und ihr könnt auch straight rausgehen. Und gleich mache ich sogar noch einen OP-Trick mit einem Grappler. Glaube ich zumindest, wenn ich den Grappler überhaupt bekomme. Und einen Rocket Launcher. Bloß die beiden Sachen braucht man eigentlich. Yo! Nur noch vier Gegner müssen verrecken. Und bis hin bin ich keiner von denen. Egal, ich habe eine Grauer, ja. Das war's. Ich kenne aber YouTuber nicht, die so sagen, die sind übelst, also, die sind übelst schlecht und rasieren halt jede Runde. No. No, 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 no. Okay, Jerome ist tot. Jerome! No! You get it! Supreme Police! Drei müssen verrecken, drei! Ich wäre so harte Ehre, wenn jetzt drei von Fallschaden oder ich kenne die drei. Wäre mal beides recht. Auf jeden Fall höre ich da Schüsse. Da müssen nur noch zwei Gegner verrecken, glaube ich. Aber guck mal, wie verschwitzen die Gegner? Guck mal, in so einer kleinen Zone leben halt noch sechs Leute. Im Normalfall bei mir leben drei. Ja, es ist aber Arena. Was sagt das? Ja, okay. Zwei müssen verrecken. Ich guck grad jetzt die ganze Zeit unten. Und den Chat. Okay. Okay, nur noch einer, glaube ich, jetzt. Ich glaube, hier ist einer. Ja, Digga! Digga, hätte ich ein bisschen besser gespielt, hätte ich ihn, glaube ich, sogar noch geholt. Ach, schade rum. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich bin gleich wieder da, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es wäre ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber ich glaube 52. Junge, ich habe weniger. Wie viele hast du? 21 oder so. Ja, ja, mach Live-Stream an und ich pushe dich, Alter. Ja, okay, warte. Ich muss doch eben einen anderen Skin nehmen. Warte, Bart. Ich bin gleich wieder da, okay? Noch nicht starten. Ja. Ähm... Da. Mm, chicken nugget, mm, mm, chicken nugget, nugget. Okay? Okay. I'm gotta, gotta watch it now I'm gonna, gotta watch it I'm gonna, gotta watch it I'm gonna, gotta watch it Oh shit, what the hell I'm gonna, gotta watch it Kopf oder zahl. Kopf oder zahl. Kopf oder zahl. So, okay, bin wieder da. Ja, Jerome ist da. Jo, bei mir steht es, ich bin 63 Jahre. Okay, soll ich das Film starten? Äh, warte kurz, äh, ja, kannst du? Warte, ich muss noch eben was machen. Wieso, da muss er weg, da muss er weg, da muss er weg, da muss er weg. Ich bin wieder da. Okay, dann starte ich jetzt Stream. Pust du mich jetzt? Na klar, was denkst du? Also... Egal, egal, ich schwöre, mein Halterzent. Wieso ich jetzt wie nennt? Äh, ich nenne halt wirklich fast jeden meiner Streams Dogclan. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich nenne den einfach auf Dogclan. Auf Ehrenbasis. Jo, schick mal, äh, kurz Link in die, äh, Dogclan-Gruppe. Tritt ihr dann in der WhatScape? Mein Kanal? Äh, ja, bitte, dann abonniere ich dich. Ehrenmann. Äh... Ja, wenn du halt mal Langeweile hast oder halt nicht zocken darfst, kannst du mir auch mal zugucken. Meine Streams sind halt immer voll kurz, ne? Ich check mich, wieso. Oh, doll. Wahrscheinlich sind zwei Wien. Achso. Ne, ich hab 50 Abos. Oh, ja, da. Ich hab 23 Abos. Also, guck mal, äh, ich habe halt, äh... Also, vor einer Woche vier Stunden, dann eine Stunde, dann drei... Äh, vier Stunden, dann nochmal vier Stunden, dann eine Stunde, 50 Minuten. Ich hab dich direkt auf meinen Stream geleitet. Nice. Dann nochmal vier Stunden, dann eine Stunde, 50 Minuten. Ich hab dich direkt auf meinen Stream geleitet. Nice. Äh, hier WhatsApp-Gruppe. Tritt ihr alle WhatsApp-Gruppe bei? Okay. Ich zieh auf... Ah, ja, du machst gerade diesen Emote und Shop. Hörst direkt liken. Nice, erstmal abonnieren. Nice, ich glaub du hast jetzt, äh, hier... Äh, also ich hab dich jetzt auch abonniert. Äh, abonniert! Ey, wie finden Sie meinen Lolling-Screen? Äh, sehr nice. Ich find ihn echt nice. Ich find ihn echt nice. Aber deiner ist auch voll cool. Äh... Das war der Leak auf die bösen Farbenbomberin. Aber deiner ist auch voll cool. Das war der Leak auf die bösen... Ach, fand's auch. Digga, ich hab einen aktiven Zuschauer, save du. Wer denn sonst? Digga, Hauptsache... Digga, als ob. Guck mal. Ähm, mein... Ja... Ja, kann ich dir gleich sagen, wenn live... Wie ich's aus... Oh, fuck, Digga. Hast du wirklich... Äh, hier hinten... Wir spielen die Arena. Wir spielen die Arena? Ja! Nein! Doch, ich hab... Wir werden keine Punkte angezeigt. Ich habe 20 Punkte verloren! Guck in meinen Stream! Wir werden keine Punkte angezeigt. Ne, wir spielen nur mal das Duo. Guck mal bitte... Guck bitte mal in meinen Stream. Guck in meinen fucking Stream. Ich hatte 2100 Punkte. Aha, ja, ja. Hi, Jerome. Hallo? Digga! Als ob, man! Ja, gut, wahrscheinlich dir wieder schlecht wegen deinem... Ja, du weißt schon? Was denn? Ich rede gerade mit Zuschauer. Achso. Digga, ich schwöre... Ich habe gerade... Guckst du mir jetzt auch wieder zu, oder was? Äh, ne, ich guck dir gerade gar nicht zu. Ja, okay, dann habe ich den... den nächsten Zuschauer. Irre! Digga, ich lande halt immer so beschissen. Ja, warum... warum lag mir eigentlich hier hinten? Digga, weil ich... keine Arena-Punkte verlieren möchte. Junge, die werden eh nicht richtig aufgezogen. Das ist ein Anzeigefehler. Ich weiß noch, zu früher der Back, da war man in der normalen Runde. Da hatte man Arena-Punkte. Man hat Pro-Kill mehr bekommen. Aber das hat dann nicht mehr gezählt. Achso, lol. Ja, dann tut es mir leicht, dass ich dich nach hier hinten geschlappt habe. Hehehehe. No, Digga, ich habe wieder das Tag-Haus. Ich habe gerade schon wieder eine Tag. Nicht dein Ernst. Doch, Digga, weil das... Jetzt habe ich eine Pump dran. Jetzt habe ich eine Pump. Ja, moin. Komm. Pump oder Tag. Pistol. Digga, ich... Digga, dieses Haus. Ich habe Minen. Ja, was war denn mein Erfolgserlebnis? Was ist? Ein Zuschauer. Achso. Also, ich weiß, was dein Erfolgserlebnis war. Was denn? Ein Kill zu machen. Wow, Junge, ich mache jede Runde einen Kill. Ey, wenn die... Ey, Jero, wenn die Runde ein Win wird, dann musst du deinen Crush anschreiben. Und deine Liebe gestehen. Ja? Ach, scheiße, schlimm, du hast eine Freundin, scheiße. Ähm. Dann musst du... Ach, scheiße. Dann musst du Schluss machen. Hehehehe. Wenn ich letztes machen wollte. Lol, Digga, guck mal. Ne, du musst Schluss machen. Du hast eine Freundin. Du musst Schluss machen. Ey, komm, Digga, jetzt... Wenn jede Runde ein Win wird. Ey, komm, jetzt will ich ihn win, die Runde. Jetzt müssen wir ihn win holen. Hehehe. Ja, egal. Ja, okay, dann schreibt... Ne, bestimmt nicht. Dann sagen wir so, wenn wieder Schule ist in 5 Wochen, musst du mir 2 Euro geben, ja? Wenn ich's bis dahin noch nicht vergessen habe. Ja, ich kann dich erinnern, Phil. Irgendwann. Hehehe. Ja, halt. Du willst gar nicht wissen, wie ich dich eingespeichert habe. Du willst gar nicht wissen. Achso, hast du hier schon gelootet? Willst du wissen? Ey, du hast nicht alles gelootet, hier wollte ich dir nur mal nebenbei sagen. Okay, okay, also ich erzähl's dir jetzt einfach. Du heißt auf WhatsApp bei mir... Suicider. Und du weißt doch wieso. Oh. Oh. Oder... Lass mal... Lass mal zum Pümmeln los. Naja, Digga. Ey, komm Digga, auf ganz gefährlich. Gerne. Das ist doch mal. Perfekt geworfen, Digga. Du weißt doch? Das ist Nades Verschwendung. Sagt der Richtige. Ja, Digga, ich brauch den... Dein Elf, Junge. Digga, alles daneben. Lass mal drücken. Warte, safe, ich treffe. Digga, unser Elf. Ja, Digga, unser Elf. Ja, Digga, unser Elf. Ja, ich weiß, dass ich cool bin, ja? Ich bin ja sogar cooler als du. Ich hab Minis. Bruder! Nein, ich hab gesehen, da müssen wir nicht lachen. Ja. Hä? Ach so, da kommt ein Bruder. Wenn man jetzt schon One-Shot ist am Anfang, ne? Warte, Minis. Ich bin unten. Ich bin gut in Fortnite. Merkt man. Du kennst nicht mehr's gegen den Bot an. Ich war los jetzt an meinen einzigen Zuschauern. Ey, warte, warte. Also an meine Zuschauern verlose ich Moderator. Was ist Moderator? Dass du Mod bist. Was ist das? Du hast vor dir einen blauen Haar und du kannst Leute aus dem Stream kicken und so. Ey, komm her, wenn ich dir Mad-Kit gebe, werde ich dann Moderator. Ja. Komm her. Wir werden jetzt einfach beide Moderator. Wir nehmen sich shit. Warte, keiner einen Moderator oder einen Moderator, das Moderator nicht wegnehmen. Ich bin jetzt Moderator. Ey, kann ein Moderator? Okay, fuck. Schreib mal was drum. Digga! Digga, der ist im Fortnite Pro, alter. Schreib mal was, ne? Du bist jetzt Mod. Ah! Digga! Guck mal, was die Bots mit uns machen! Junge, warum bist du denn jetzt schon wieder One-Shot? Juhu! Wieso bist du denn jetzt schon wieder One-Shot? Ja, siehst du das, Jerome? Du, bei dir ist jetzt so ein blauer, blauer Schraubenschüssel hinter dir. Das heißt, dass du Moderator bist. Hallo! Ey, egal, kann ein Moderator, ein Moderator, äh, das Moderator sein wegnehmen? Nein, kann man nicht. Oh, fuck off. Das ist nicht, ach, ist oben noch ne Leiche. Äh, brauchst du ne Leiche? Ja, gönn dir mal die Kiste. Äh, ja gut, ähm, es kann nicht sein, dass ich grad eine Leiche ganz leise entfernt habe. Du willst mich doch verarschen. Ich sagte, da hängen noch fünf Runden. Oh, Mann. Ey, komm Digga, der Drone-Dance. Warte, vielleicht lag dann doch... Können würde ich auch haben, ne? Da hab ich voll vercheckt, dass ich den im Motor habe. Digga, vielleicht war hier oben noch eine Leiche. Ja, hier ist noch eine. Nee. Ernsthaft? Nein. Ich hab die Kiste eh kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Wer als Z für dich und für mich. Ja, du meinst, du hast nicht die Box, Junge. Ey, jo, warte mal. Ja, warte. Mach mich auch zum Moderator. Ich lade dich gleich ein, Jerome. Obwohl du kannst... Ja, ich weiß nicht, ob du mitspielen kannst. Ey, mach mich mal einen Moderator. Wirst du drinnen ins Streamen, du musst was schreiben. Ja, warte, Gott. What's up? Jalla, hab ich befasst mich gerade komplett. Okay, du baust ab. Okay. Du baust Stuhl ab. Du baust irgendwas ab. Du baust Schreibtisch ab. Du baust Stuhl ab. Okay. Dann schreibst du was. Okay. Schreibst du... Hab ich. Rosi? Ich bin's. Rosi. Ah ja, oder meinst du? Ich bin schon raus und wir kommen doch und spiel mit mir. Ich lass dich ein, ich bin Kaaayuu. Hast du gemacht? Ja, du bist Mod. Schreib was in den Chat. Hi. Ja, geil. Ich will, ich krieg jetzt jeden aus deinem Stream. Ich will den Stream für mich allein haben, Kappa. Ich will den Stream für mich allein haben, Kappa. Wenn du den auf den Stream kriegst, dann echt war ich dich. Ich sag dir Kappa. Ja. Also mein Lieblingsprint ist tatsächlich dieser komische, ähm, betrunkene Hund im Shop. Ich find den einfach Baba. Ey, Digga, guck mal. Ein Monster Energy kostet doch 1 Euro, oder? Ja. So, Digga. Und weil ich dir ja jetzt helfe, einen Wind zu holen, musst du mir ein Monster Energy holen. Okay? Ja, okay. Irre. Kannst du kein Energy trinken? Na klar, Digga. Habe aber bloß kein Geld für Energy. Und meine Schwester singt da im Hintergrund, Alter. Ey, ich hab' Mini. Michi. Lol. Ah, Ring, Ring. Leuch, ich hab' kein Schild mehr, das einfach... ...gerad gecheckt. Hey, Mama, du hast kein Schild mehr. Ah stimmt, ich wurde ja von diesem Bot gelasert, Digga. Und, was ist es? Crap, oder? Warte, warte. Jetzt, du goldens. Warte, ich muss den Lackertanz machen. Warte, ich will auch, ich will auch Lackertanz. Bitte. Das ist der Integrity Mode, den müssen wir gleichzeitig machen. Okay, warte. Dann kommt da was Geiles raus. Okay. Und dann muss man den, eins, zwei, drei. So, jetzt muss man den mit einer Heavy-Sniper anschießen. Wow. Hey, Fernsehen, das ist auch nice. Relativ. Stimmt. Für Bots. Digga, ich habe gerade einfach 40.000 XP bekommen. Ja, Verpackungen. Wee. Ja, wir hatten ja auch eine zu. Okay, komm. Ab in Zone. Digga, wenn das jetzt wirklich klappt und wir so... Was? 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 Ja, wahrscheinlich. Was? Digga, du hast alle Mets, glaube ich, bekommen. Nein, du hast doch Steine bekommen. Ja, stimmt. Was? Kannst du noch zwei Minis mitnehmen? Ich habe doch gesagt, wir bekommen langt, wenn wir das machen mit der Sniper. Ja. Nein, unsere Boxen! Warte. Da ist noch eine neue. Ich habe auch noch eine. Ja, da hinten sind Tausende. Okay, Digga. Okay, wir werden somit eine Runde gewinnen. Auf richtig ekelhaft. Komm mal. Wee. Wee. Das, Digga, das sieht so falsch aus, dass irgendeine Flüssigkeit kommt aus einer Kiste raus. Wee. 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 Okay, komm mit. Ich bin einfach zu ruhig. Äh, wir denken, wir denken, Junge, was denkst du denn, denkst du, wir denken an was Falsches, wenn wir das mit der Flüssigkeit meinen? Nein. Wir meinen natürlich, kein Sperma. Was? Das ist das, was du denn für Gedanken redest, nur unverschämt halt. Ich zeig wirklich, oh, das ist ein Gegner. Natürlich denken wir an Cola. Das sind Gegner, wollte ich nur sagen. Wo? Ja. Wo, wir? Haben die sich da vor uns eingetötigt? Sollen wir rein? Geh weg. Der eine ist auf Korb. Aber der ist wieder da. Aber eine beschissene Pump. Alter, mein Arschloch, Alter. Hui. Einen holst du? Du hast den mit der Spacht, ne? Ja. Der andere hat eine Lilane-Tag. Ich seh, der hat die, der hat die müde Schmini-Gum. Pass auf. Die ist richtig okay, Junge. Ja, Digga, ja. Digga, Mann, was soll man denn machen? Nein. Was soll man denn machen? Nee, war Lila, ne, Digga. Anzeige ist raus. Erstmal melden. Hä, wieso? Ja, ganz einfach, weil die uns gekillt haben. Ja, klar. Stream sniping! Digga, es guckt dir einer, ob du und mir guckt keiner zu. Ich melde dich jetzt wegen Stream sniping. Hä, hä. So. Digga, ab Kätzchen-Banner. I hate Kätz. Ey, Digga, mach mal in Arena. Mach mal in Arena. Anzeige ist raus. Ey, Fil, mach mal bitte gleich kurz Arena an. Junge, ich will jetzt von dir gepusht werden. Ey, ja, alle Ghost-Deadshot abonnieren. Ich kann euch den Namen auch mal zeigen. Ja, finde ich nice. Ja, hier seht ihr noch mal eingeblendet. G-H-U-S-T-Deadshot12. Alle auf YouTube-Aberlinien. Ohne die 12. Auf YouTube ohne die 12. Ohne die 12. Und sag ich Kopf. Das rollen Köpfe nach, ja. Ey, mach mal kurz, äh, hier. Ey, Leute, die gerade im Stream sind, gönnt euch mal den Shop, welches Kind ich mir geholt hab. Ihr müsst jetzt raten. Guckt in den Shop. Jerome, du musst jetzt raten. Wenn du gewinnst, kriegst du von Phil 5 Euro. Wenn du gewinnst, dann bekommst du von mir Mord weg. Was ist das? Phil. Der Mord ist Moderator. Nein, Scherz. Ich weiß, wie du meinst. Mein, die hier. Den Hund wieder. Hund, die Hund, die Hund. Hund, die Hund, die Hund. Der Hund ist einfach Hundesohn. Ey, kannst du kurz Arena reinmachen? Ja, warte. Wieso? Ich wollte kurz was gucken. Ja, hast recht, nur ein Bug. Okay, mach normal. Lass mal Creative einspielen. Okay, Digga. Auf meiner Map? Ja. Nur für Dog Clan nicht. Über auf alles. Tretet übrigens alle Dog Clan Bayer. Also Mann, das ist die Gum. Alle Dog Clan beitreten. Die müssen halt nur alle besser sein als ich. Ja, ist richtig einfach. Ne, die müssen wenigstens besser sein als ich, weil ich bin ein Anführer. Du hast gesagt, die müssen gegen den besten Spieler aus unserem Clan, also gegen den Black Knight. Ja, ja, Kevin heißt der. Also, ihr müsst gegen Kevin gewinnen, aber guck mal, äh, wo Kevin... Lass Kevin aus dem Clan werfen. Hey, wieso, Digga? Ich hab mit dem geredet, der hasst Hunde über alles. Okay, der ist raus. Geh ich sowas von raus. Das Ding ist halt... Ähm... Der Dog Clan, der dachte, dass der Dog Clan so ein Dog, also Doktor... Deswegen ist er reingekommen, aber der hasst Hunde über alles. Ja, Allah, Habibi. Äh... Äh... Ja, und gönn dir mal den Ass, Alter. Äh... Äh, jetzt du hier... Guck mal. Der liebt über alles Katzen. Ich werd ihn heute Nacht umbringen. Ey, guck mal kurz, äh... Guck mal kurz bei, äh, Community vorbei und dann bei Mitgliedern. Okay. Hast du den jetzt entfernt? Ja. Aber zurück, guck trotzdem mal nach. Ja, okay. Okay. Jo, Digga, das sieht so geil. Bin ich jetzt Moderator da drin? Ja klar, was sagst du denn? Geil. Junge, ich bin der beste Member und der einzige Member. Ja. Nein, Janik ist auch noch drinnen, aber der hat den Account nicht mehr. Ja, der hat den, der hat sogar, ja und, der hat sogar die, ähm, Ding im Star, die Handygruppe verlassen. Okay, Digga, Kevin hat ja auch eigentlich die, äh, hat auch die Handygruppe verlassen. War der jetzt die Handygruppe? Äh, ja, wir haben eine zweite erstellt, weil er, äh, nicht mit euch drin sein wollte. Achso, ja, komm hier rein. Warum? Weil wir, weil wir, weil wir, weil ihr denkt, dass... Ihr seine Nummer halt öffentlich stellt. Achso. Digga, bei mir steht schon wieder 2100. Ja, du darfst mit Crea spielen. Aber gleich. Ja? Was ist denn das, Junge? Hier ist die Vermittlung in der Map gebaut. Oh fuck, das gehört doch mir. Fack auf. Beend einfach nicht, ich hole mir eben das Schwert fertig. Ach, du hast das nicht weggemacht? Ist das das Easter Egg von der Map? Na klar, was denkst du denn? Das darf niemand sehen. Scheiße, ich hab einen Stream, wo er das gezeigt wird. Ja, wer guckt dich? Niemand darf den Stream sehen. Ey, Digga, wer guckt dich denn schon, Digga? Junge, ich hab einen, ich hab mehr zu schauen als du. Ja, wow, ich hab mehr Abos als du. Du irrenlose Stück Scheiße. Du irrenlose Stück Scheiße, Alter. Lass mal ohne das Schwert spielen. Ja, Digga. Sag der Richtige. Okay. Warte, ich lad ihn meinen Freund ein, der wollte mitspielen. Na klar, kann er. Ist er gut oder schlecht? Ey, Jerome, hast du eigentlich jetzt ein Headset? Und willst du den Bocklern joinen? Da musst du mich nur klappen in Fortnite. Ne, er muss nicht klappen. Ja, er muss nicht klappen. Er muss mich klappen. Ja, okay, gut. In der Lab und im Box. Ähm, was denn da hat passiert? Ja, ich habe ausgemacht, weil ich noch was, weil ich das jetzt auch brauchen werde. Okay, dann kann ich den ja in der Zeit einladen. Ey, willst du jetzt den Clan joinen? Welches Männlein? Finde ich nice. Was? Was? Wie heißt hier nochmal in Fortnite? Jerome. Ach, stimmt. Ich habe dich Epic nicht. Äh, nicht Fortnite. Ähm, nicht Playstation. Ich habe dich nur Essen. Hä? Bist du überhaupt online? Oder weiß ich einfach nicht mehr, wie du heißt. Schreib mal deinen Namen. Ich bin zu dumm, um deinen Namen zu checken. Was ist die? Ey, komm, ich starte jetzt gleich, okay? Ja, das ist das. Nein, warte mal. Ich habe den nicht. Ja, Ellie, gehen einfach kurz. Warte mal, ich möchte noch einen E-Stack machen. Guck mal, das ist das. Also, warte, welches Ding ist. welches ist eigentlich von Geräten ist dafür, wenn man da drauf geht dass man dann mehr Leben bekommt oder halt mehr Schaden macht oder so welches Item ist das? äh, ja, ich bin relativ verwirrt nein, ich bin, oh achso, ja, du schickst mir die ganze hinein, aber ich bekomme die nicht, ne? Nesquit, nesquit, nesquit nesquit warte mal, nesquit hä? ich bekomme nix, auf meinem Handy steht, dass ich Einladung bekomme, aber ich bekomme nix ja, ja, na, edding ihn einfach kann ich ja nicht warte, ich geh ja noch hab richtig gut gar nicht geettet oh, ich hab noch ein Easter Egg ich hab noch ein richtig fettes Easter Egg ich erinnere dich einfach nochmal jetzt? hä? komm mal auf, mich einzuladen dein Handy vibriert die ganze Zeit ne, ich hab dich warte mal, warst du das gerade? du bist unten, du bist offline ja, jetzt hab ich dich eingeladen du hast dich auf Abwesen gestellt deswegen hab ich dich nicht gefunden also, du kennst doch dieses Item hier das, ähm, Dingens von TikTok, wenn man da, wenn man da drauf geht oder dagegen schlägt, dass man dann mehr Schaden macht oder so ich hab gerade ein richtig, richtig, richtig fettes Easter Egg eingebaut was denn wurde? mit ária Alma was denn? Was ist denn für 98 weitere Mitteilungen Willst du mich eigentlich nicht komplett verarschen? 94, 95 Komm doch jetzt rein Du bist doch jetzt drin Jetzt hör doch auf mich einzuladen, Junge 87, 86 Alter Das fuckt ab, Junge Jetzt hör doch auf Okay, ich starte das Spiel Hörst du das? Ah, jetzt wird aufgehört, endlich Okay, ich starte jetzt das Spiel Nein, ich starte nicht, ich will das Item noch suchen Schon wieder? Jetzt steht er nicht mehr Hoffentlich werde ich jetzt nicht mehr eingeladen, ja Ich stehe mich gleich auf Abwesen Ich stehe mich zum Abwesen Mein Handy wird komplett zu bespendt Junge, warum läst du mich denn so oft ein, Alter? Das fuckt ab! Ich schieb, ich mach jetzt mein Handy aus Junge Junge Ich hab eine Frage Will der jetzt Mops, äh, Doklan beitreten? Ja, der will beitreten Achso Aber ich will noch mehr Easter Eggs machen Ja, komm, ich hab das Fetteste eigentlich auch eingebaut, okay? Ja, ich will aber noch ein Fettes Okay Das ist krass Ey, yo, wenn der, der kriegt auch noch Rechte, der eine Typ Nein, gib ihm keine Rechte Okay Gib ihm erstmal keine Rechte Erst wenn er, erst wenn er, erst wenn er Doklan ist, darf er auf meiner Map etwas machen Digga, ich verrecker, Wallschaden Typisch Nein, nein, nein Warum hast du das Volt gegessen? Das ist wirklich cool Was ist wirklich cool Ich bin wirklich cool er kamen mein Gott das ist ein gutes Versteck also 5 5 5 da muss jetzt nur jawohl ah bist du es? ich habe den es genau ok perfekt und dann kommen da jetzt noch drei Waffen rein richtig OP ah ja das ist krass was ich hier mache das ist ein krasses Easter Egg dann noch eine legendäre taktische Maschine ey aber bitte nichts davon nehmen ok wir wollen ein faires Battle ähm guck mal da wieder nochmal das Holz hin ich habe es aus Versehen mit einem Schlag abgebaut ach komm das muss nur versteckt bleiben ja ich komm mal ähm warte da muss aber noch eine krasse Waffe rein und zwar der Boombow ja aber bitte jetzt keine Waffen davon nehmen ok ja ok aber trotzdem möchte ich noch was ich gucke jetzt eben auf Youtube wie das geht oder was ne ich möchte ich mach einfach ich habe eine Frage will der jetzt doch klein beitreten oder ja will der glaube ich auslöse Auslöser Einstellungen sowas gleich Plassengest ok nein ähm ich weiß nicht wie das heißt ich suche es mal eben nochmal Kartenkennzeichner ähm ähm ich weiß nicht wie das heißt ich suche es mal eben nochmal was ist denn da was verstecke ich denn hier anfassen ah ne ich mach das wieder weg ich mach das einfach so ey mach mal ne warte mal haben wir noch das versteckte Dingens nein ok dann mach ich das jetzt wieder ich würde jetzt Ehrenmann der macht hier überall äh hier Mops Dinger hin nein das ist böse nein das ist alles böse du darfst bloß äh diese Hunde da machen hier e n n n n b er sagt wenn ich machen kann ok ja n n Nein, 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 bitte nix. Kleines Hündchen? Kleines, verschimmeltes Hündchen? Ja. Was machen Sie da? Nix, 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 nix. Vertrauen Sie mir. Ich gucke mal. Nicht überschrieben. Hast du das resettet? Ich habe nix gemacht. Ganz oben, als du mir nachguckst. Wurde das resettet? Es wurde einfach wieder resettet. Der ist hier drin gefangen. Aber ich bin nicht okay gedrückt. Komm mit mir. Komm mit mir. Lass mit mir kommen. Wo bist du? Komm mit mir. Komm mit mir. Woa, das ist geil. Okay, starte mal. Ja, safe hast du irgendwas dran gemacht, dass du immer gewinnst. Starte bitte, starte bitte, starte bitte. Ich will das ausprobieren. Habt ihr irgendwelche Vorteile? Nein, aber safe du. Nein, das funktioniert schon wieder nicht. Ach so, oh mein. Warte mal, beende nochmal. Ich möchte das nochmal machen. Nein. Beende nochmal, beende nochmal. Doch, bitte beende. Ja, nach der Runde kannst du eben beenden. Nach der Runde. Ja. Ehrenmann. Ich trabe jetzt schon rum. Ja, das tut ganz so weh. Dieser Song, der mit. Komm. Komm. Seht ihr den Song? Ach so, wir haben ja 500 Leben alle, ne? Ja. Seht ihr den Song? Ja. Ähm, aber ohne dieses Geheimen hinten, ne? Welches Geheimen hinten? Beide geheime Sachen. Das Schwert und das andere. Das Schwert habe ich schon längst entfernt. Okay. Echt? Ja. Okay, aber lass den Automaten da, ja? Das, das, äh, klar, ist der, ja? Das, das kennen nur die Entwickler von der Map. Also ich. Ja, veröffentlich die Map mal. So, die ist eh nicht gut. Hey, Anna, und? Die könnte beliebt werden. Ich glaube, wie Jerome versucht, mich zu kennen, Digga. Junge, der ist white, ne? Jerome ist white. Ja, trotzdem. Ah, das ist ein Bender! Das ist ein Bender! Das ist ein Bender, was? Ah! Guck mal, was viel Loot ich hatte! Alter! Ich sag dir doch, ich hab ein fettes Easter Egg eingebaut. Was? Ja, dann Ende mal, jetzt. Ich muss doch was machen. Ja, okay. Erst in vier, drei, zwei, eins. Eins. So, dann musst du jetzt beenden. Ja. Ähm, so, wir beenden. Perfekt. Ich bin ein Kittier, Kittier, Kittier. Ich bin ein Kittier, Kittier, Kittier. Du bist ein großer Kittier. Ich bin ein... Ach, Digga. Was? Ich glaube, Jerome weiß gerade... Ich glaube, Jerome... Du weißt über alles Bescheid! Ähm... Ich glaube, du weißt über alles Bescheid. Oder? Starte! 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 Er wagt, ich muss dir kurz, dass ich es kaputt machen. Ja. Wo ist Jerome? Was ist der? Jerome! Keine Ahnung, glaube nicht. Äh. Hä, das klappt nicht. Ben, nochmal. Nein! Aber das klappt nicht, was ich noch bemüchtet. Stell mal ein mit Teams gleich, ja? dass das Spiel mit Teams ist. Bye, bye, Flick. Nein! Ich war einfach... Wir enden mal auf Ehre, wir enden mal auf Ehre. Auf Ehrebruder-Basis. Und dann stell ein, dass man mit Teams spielt. Nein, Digga, du hast irgend so ein Team wechseln muss. Ich will das mal ausprobieren. Danach kannst du das wieder umstellen. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich versuche es. Du hast doch auch eingestellt, dass man, egal in welchem Team, alles gegeneinander ist. Keine Ahnung. Ich gucke mal da. Meine Insel. Ist das bei Spiel oder Einstellungen? Bei Spiel. Okay. Teams? Free for all. Team Größe 1. Nein, genau, Free for all musst du ausmachen. Hier gibt's nichts aus. Free for all musst du wegmachen. Ja, gut, dann... Angepasst. Na, gibt's noch was anderes aus? Ja, 6... Äh, 2, 3... Ja... 16, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3... Ja, alle Teams! Gibt's nicht. Warte mal. Mach mal Videoanruf. Ja... Geht gar nicht. Geht gar nicht. Geh... Nee, geht auch nicht. Ähm... Lass mal auf meine Map. Keine Sorgen, was mit, das ist eine andere Map. Och, Digga, wieso keine Sorgen? Das ist eine 1v1 Map. Für, ähm... Für Jerome. Damit der, ähm... Damit der sich, ähm... Ding entbrachen kann. Ach, hat der Headset? Nein, hat der nicht. Wo bleibt Jerome eigentlich? Jerome! Jerome! Ist Jerome doch noch da? Jetzt kommt's wo. No. Ich mach mein Handy erst wieder an. Jetzt sollten die Scheiß benachrichtigen, erst mal nicht mehr kommen. Ja, mach deine 1v1 Map an. Warte mal! Warte mal, wie viele V-Bucks hast du? Ich zeig dir jetzt was, wenn das gut ist. Schenk sie mir was aus dem Shop, ja? Das muss doch nichts krasses sein, ja? Ähm... Kann auch dieser 200er Backbling im Shop sein, ja? Okay, also wenn es mir halt so richtig, richtig geil gefällt, okay? Magst du Szenario, Moth? Was ist das? Demo's und Iconic. Ähm, geht so. Ja, okay. Dann kann dir das gefallen. Dann komm mal runter. Warte. Was ist das? So. die kostet übel tanz also also eigentlich hat der tanz als eigentlich von ein konzern da hinten ist der anfang von old time road das ist old time road gib mir einmal rechtlich mit fliegen warte mal du musst von hinten hier musst du anfangen ich bin ein wenig ein konzern für mich teil tanz ohne melodie und ich auch relativ die ohne melodie die melodie finde ich einfach kurz sind das ist mit was und das ist ohne was und die finde ich relativ nice auch also bekomme ich nichts aus dem shop ich habe ich heute nichts aus dem shop manu dann muss ich noch was besseres bauen warte dann zeige ich dir einfach meine one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one ja ich bin sehr skeptisch was eigentlich alles angeht sicher ja ich bin sehr skeptisch dann höre dann guck dir mal erstmal den namen von der map an also wenn irgendwas mit dort drin steht mag ich nicht was das ist noch vor dem dockland warte ne raus hier das ist ne alte map die funktioniert nicht das ist ne alte kopie das ist ne alte kopie das ist ne alte kopie ne alte kopie raus ja dunkel deutsch m die die dienen gab es la w Guck dir den Namen an. Kann ich, konnte ich nicht. Da kommt wieder aus. Er ist wieder beigetreten! Hula, hello! Nee, der hat schon verlassen. Safe, das hast du gerade gemacht, hab ich recht? So, jetzt geh rein! Naja, ich guck gleich in deinen Stream. Das hast du safe gerade gemacht. Das hab ich gerade gemacht. Ja, ich weiß. Das ist auch eine schlechte Kopie! What the fuck? Oder ist das verbarkt? Warte mal. Nee. Oder? Was ist das? Hä? Hä? Warte mal, nochmal zurück zum Zentrum. Ah, meine Augen! Hey, geht das jetzt? Nee, das ist... War da gerade Augenkrebs? Nein, das ist gerade alles hell geworden. Ach so. Ach, du willst die Augenkrebs-Map machen, wo ich dich komplett rasiert habe damals? Ach so, ja, die Map! Digga, da hab ich dich ja komplett rasiert, wo du versprochen hast, dass ich einen Account mit Spike bekomme. Erinnerst du dich noch? Ich kann dir den Account auch geben, ne? Mit Spike und Leon. Ach, auch Leon ist da drauf? Ja. Leute, gib mir einen Account dort hin. Ja, guck, jetzt ist sie fertig. Jetzt, 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 jetzt. Neeein! Was? Du bist ein Krebs! Fiese Erinnerungen, guck nicht dahin! Okay, in welchen Farbe? Grün, grün, rot, rot, grün, rot. Ah, verdammte Scheiße, mach jetzt aus! Ist aus. Ah, Digga, das tut so weh in den Augen. Stimmt, hier hinten ist noch nie, ich zeig. Äh, Scheiß, glaube ich, die hab ich aber nicht da passiert. Das sind 5 oder 5. drinne! Oh, give me the shit! Give me the money! Ja, Digga! Ah, Scheiße! Fiese Erinnerungen. Ahahaha! Das nur mal komplett die Ehre genommen, alter. Ist das ne fiese Erinnerung, ne? Das ist die Dockclan One vs One Map. Ja, n***er! Aua! Aua! Wie finden sie die Dockclan One vs One Map? Äh, meinst du nicht Dockclan Augenkrebs Map? Film muss alles bezahlen. Hi, Roam Camper, Alter! Du wolltest es so? Lauf! Ich bin unten durchgesprungen! Ich mach so schnell, dass ich durch deinen platzierten Boden durchgesprungen bin! Hör mal auf mit dieser ekelhafte Waffe! Hör mal auf! Ah! Ach, du bist gar nicht weit geworden Digga, wie viel AP hattest du? Sag mir, das reicht nicht oder so. Lalalalala Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da Oh-oh. NIEMEN! Juni! Ah! Johnny! Ah! Ich will noch was einstellen. Nein. Doch, ich möchte was richtig krasses einstellen. Was denn? Ich weiß nicht, ob man das in den normalen Aufschluss einstellen kann, aber ich will sie mal probieren. Was denn? Willst du es nicht? Nein, ich bin auch wieder zurück zum Zentrum. Warte da drinnen, in der Map. Warte einfach in der Map, warte einfach in der Map, warte einfach in der Map. So. Also. Meine Ingenie. Mach bitte Augenkrebs aus. Ja, warte. Sofort. Ähm, Einstellungen. Genau. Das ist perfekt. Ich suche die Option gerade. Ich habe immer recht, ich will ein bisschen meinen Zuschauern flexen beibringen. Ich frage mich, wo die Einstellung ist. Weißt du, wo die Einstellung ist, dass man mehr Schaden macht? Gibt's glaube ich nicht. Doch, das kenne ich ja. Ähm. 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 Was ist das? Ich bin immer auf Korb. 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 Ich bin wieder da. Also erstmal gucken, was braucht man, um eine Map zu veröffentlichen? Infos. Also, können wir jetzt nicht einfach 1v1 machen? Warte mal. Braucht man vielleicht einen Quaker kurz? Keine Ahnung. Ich bin gleich wieder da. So. 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 Okay, dann machen wir jetzt einfach so. Scheiße, den Topf mache ich später. Also, Einstellungen. Okay, bin ich wieder da. Ey, aber komm, lass dich mal ein richtiges 1v1 machen ohne Rocket Launcher. Okay. Bevor der kleine Phil wieder anfängt zu heulen. Ich weiß, dass es so Schadensinger gibt. Ich weiß aber nicht wie. Ich guck mal eben auf YouTube, ja. Ich weiß nämlich, dass es das gibt. Ach, meinst du so eine rote Zone? Nein! Dass man mehr Schaden macht, wenn man jemanden abballert. Weil es wie doppelt so viel Schaden oder so. Ja. Ach so. Kenn ich nicht. Naja, ich kann so gar nicht gerade bauen. Ja, übrigens ein kleiner Trick am Rand. Wenn ich denk bei mir, ja, deleted London. Das ist ja ein kleiner Happn. Okay. The start of this. Jetzt只 filen ab, aber irrt gib mal eine Handlung. And that works. Also,it ja. ibt ja heute absolut mal Anna. so dann noch meinen Boden dann die Kärnten also das ist eigentlich für die richtig krassen Pro-Spieler editiert man rein schnell so macht man so äh warte halt und dann kann man eigentlich aber wenn der Gegner noch mal überrucht ist macht so er ist ganz schnell macht so macht so edit macht so und das halt die ganze so weiter ich versuche es mal ganz und schnell ich Leute ich bin hier komplett weit weg ich bin wieder da ok oh hier kann ich jetzt gleich einstellen ne egal 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 ich mach jetzt noch was was unauffällig sein wird erfolgt euch eine Basebauer merkt ganz so baut überall wall hin so macht so so ähm wo mache ich da noch mein Ding ist auch falsch Das ist eine gute Frage. So, wenn ihr den Gegner könnt, könnt ihr einfach so, so könnt ihr hier raus oder ihr könnt euch halt straight die ganze Zeit halt so verstecken. Also ihr habt halt eure ganz eigene kleine Schlummer-Base. Und wenn es ganz hart kommt, könnt ihr nach unten, wo ihr eure Vorräte oder... ja, also ich platziert hier halt immer halt so ein paar Hill-Stuff-Sachen, wenn ich halt ein Gegner kenne. Und dann wenn halt ein Gegner pushen kommt, so, pao, pao. So. Und wenn dann ein richtig hartes... wenn dann richtig hartes Zeitung kommen, macht ihr so, so, edit so, 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 so und ihr könnt raus. Können wir jetzt das 1v1 machen, Phil? Hm? Können wir das 1v1 jetzt machen? Ja, das ist so. Warte, ich kann nicht aus den Box raus! Hä? Du, ich meine nochmal. Hä, kann ich nicht. Wieso? Ah! Ha! Zu kann... Oh. Ja. Ja, was meinst du denn? Ich dachte ich könnte mich halt auch noch da dran verstecken, aber anscheinend hat das halt das kaputt gemacht. Start, please, the map. Before... Sagt es doch grad eben und hat es nicht sofort gemacht. Das war's für heute. Das war's für heute. und jetzt du musst warten warum ich probiere was keine Ahnung nix 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 nur so sag ich dir nicht warum macht und er hat ihn erhöhnt dass wir uns gelesen nun so und ich will ja ich mache schon mal das aufgrip weg auch danker wenn ich will ohne rockland zu ok ok Wo bist du? Weiß gar nicht. Du ekeliger Drecksack. Wo bin ich nur? Ja komm, machen wir jetzt das 1v1. Wo bin ich nur? Wo soll ich sein? Wo bist du, du ekelhafter? Ah, du bist hier irgendwo. Ich war nicht so weit. Da bist du. Ja ok, kommst du. Ich kann nicht bauen! Ich kann auch nicht bauen, ich hab keine Mets. Ich hab keine Mets. Wieso hast du 10.000 Leben? Wir haben 20.000 Leben. Wow. Wir könnten uns nicht gegenseitig trippen. Wir könnten uns nicht gegenseitig trippen. Ich muss Mets wieder einstellen. Ich muss Mets wieder einstellen. Ja. 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 Was war das? Ey, lass aber ein vernünftiges 1v1. Ja, ja. M-Mhm M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Uh, mhm M-M-M-M-M-M-M. Ich muss uns erst mal einstellen, dass wir, ähm... Augenkrebs, Augenkrebs, Augenkrebs. Nein, ich bin genau... Oh ich nN. Nein, der rumkommt. Dann muss ich einfach so. Aber wir müssen das so machen, dass wir noch einen Spawner mit Metz machen, ja? Einfach mit Metz. Du hast irgendeine Scheiße vor. Ja, ich hab auch was vor. Du weißt es schon. So. So, sofort, eine Sekunde, sofort, eine Sekunde. Wieso machst du nicht unendlich Metz dann? Darum. Ich hab was vor. Ja, ich weiß, aber wieso? Warum sagst du es mir nicht? Fliiil... Ist doch egal. Fliiil... 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 Der Bananenjäger. What are you fucking... Yeah... Yo... Ja, Digga! Chain deine Basis! Was denn? Wie viele Metz habe ich bitte? Du wirst es gar nicht, das ist gerade ganz nicht geparkt! Erstmal ein paar Metz aufsammeln, würde ich sagen, ne? Alpa! Alpa! Yo, wir wissen, wie viele Metz wir mitnehmen können. Wir können 99.000 Metz mitnehmen. So zur Info. 99? Ja, 99.000. Ich bin ja gleich, ich muss das kurz abwarmen. So, jetzt bist du dran, wenn ich 15.000 habe. Als ob du immer noch keine 15.000 hast. Ja... Yeah... Pam, zack, zack. Zack. Warte, nein, 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 nein. Ich mach' einfach ne Kiste, wo mega viele Metz drin sind, ja? Okay. Wir machen uns einfach Kisten, wo... Also ich mach' zwei Kisten, wo mega viele Metz drin sind. Zwei Kisten nur mit Metz. Aber ein bisschen weiter weg voneinander. Ja, okay. Ich mach' die einfach hier hin, warte. Also. Die da für mich. Die für mich. Augenkrebs, Augenkrebs, überall, wo ich hin... Alter, was ist das für ein Leuchten? Ich hab' mir einladen können. Digga, wie viele Kisten hast du da hingepackt? Wollte nur sagen, dass es ein bisschen laggt. Ja, nun bitte. Da können noch mehr Kuhn hin. Oh Gott! Das lächst überhaupt nicht! Digga, ich bin gerade gerade ausgelaufen. Wollte nach rechts gehen. Also, es leckt nicht. Es leckt nicht. Mach bitte Augenkrebs aus. Das mach' ich sofort. Erstmal müssen wir die ganzen Kisten öffnen. Bruder. Alter! Ich hab' jetzt schon 50.000, ne? Ich bin cool. Ja? Ja. Ich noch nicht ganz. Ich renn' dann nochmal bei dir einmal durch. Trotzdem müssen wir alle Kisten aufmachen. Oh, stimmt. Hey, es bleibt aber nur, wenn wir halt da hingehen. Ich mach' trotzdem alle auf. Augen zu dabei. Boah, ich hab's gleich geschafft, ne? Ich auch. Ich hab's geschafft. Ich höch' dir dann meine. Alter, wie viele Mets hier liegen, ne? Ja. So, ich mach' mal eben alle meine hier hinten und dann lauf' ich da mal durch. Warte. Ja, ich auch. Boah! Es leckt einfach, wenn man da durchrennt. Alter! Okay, komm. Mach' Augenkrebs aus und wir können starten. Ja, warte. Okay, Notfallplan. Alles klar. Okay, komm. Kannst du Augenkrebs ausmachen? Ähm, ja. Warte. Wir haben 10.000 Leben, 9.000 und 90.000 Mets. Komm. Machen wir ein 10.000 Leben-Duell? Ja. 3, 2, 1. Wie ihr denkt? Get serious, denkt. Ja, wir können uns nur mit Traps töten. Das dauert doch zu lange. Ja, ist doch geil. Ja, Mann. Wargauf. Ja, Digga! Wahrscheinlich. Wie viel Schaden machen die facken Waffen? Wie viel Schaden machen die? Digga! One-Shot, sag ich. Wie One-Shot? Guck mal. Ach so! An Wänden und so. Ach nee. Ja, Digga. Guck mal, wie er runterballert. Wie sagst du ohne Rocket Launcher, du ekelhaftes? Ich kann keine Traps mehr platzieren. Ehre. Hä? Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ich muss dich einfach mit Traps holen. Das ist einfach ein Muss, ja? Ah! Ja! Nein! Scheiße! 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 Hä? Ja, ich komm da nicht. Ich konnte da nicht raus, Digga. Ja, weil wir an der Grenze sind, ne? Ja. Digga, du ekelhaftes Stück, Alter! Hehe. Da hat mal keine Snipp dabei. Ja, Digga, wahrscheinlich heißt er, ob ich dich drücke. Ah! Scheiße! Ha! Wieso hatte ich das? Wie viel Leben hast du eigentlich? Wie viel Leben hast du eigentlich? Wieso willst du das wissen? Keine Ahnung. Ich hab noch 7900. Äh, ich hab 8000. Wie viele 8000? Wie viele 8000? 8000. Ach, scheiße! Ach, scheiße! Scheiße! Ach, du scheiße! Ich muss nicht mehr raus! Du hast gerade so viel Leben, Digga! Du hast übelst wenig Leben, Digga! Ich hab 5000! Ich komm hier nicht raus, Grenze! Digga, das ist mehr die Grenze als Wladimir, als Putin halt die Grenze in Ruhe. in Russland gebaut hat. Wo bist du? Wo bist du? Sag ich's mir nicht. Jetzt verkämpft es sich wieder. Du ekelhaftes Dreck! Du ekelhaftes Dreck! Alter! Nee! Ich lass mich jetzt ziehen und dann nehm ich meinen Loot wieder! Ja, Digga! Hey, komm Digga! Du spielst gerade so ekelhaft! Ich schwöre ich! Junge, ich klepp dich mit meinen HP! Du hast den Kopfkörper! Welche? Ich hab' die Kopfkörper! Keine Ahnung wo die sind! Ja, woher mein Schrank hier sucht die? Hier irgendwo glaube ich! Hier irgendwo, glaube ich! Digga, wie kann ich das so ließen? Weiß' du was ein Zaun ist? Das ist ein Kopfkörper! Das ist... Nein! Das ist das! Nein! Wie viel Leben habe ich jetzt insgesamt? Okay, dann habe ich jetzt wieder ein bisschen gehealed. Dann muss ich jetzt weiterhählen. Ach, scheiße, nein! Nein, das ist ein GBL. Du hast die Tone an. Papi, ich finde sie nicht! Wo denn?! Hier sind keine! Stimme! 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 Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ja, du hast vor mir... Ich hab mich alles gerettet, alter. Digga, ich hab alles auf Aufnahme, Digga. Ekelhaft, wie du gerade spielst. Hihihihi. Oh, warte auf. Guck, jetzt hast du halt Schiss, Digga. Weil du hast halt... Gemerkt, wie gut ich bin. Und deswegen willst du mich nicht... mehr als rappen. Hab ich recht? Hey, Ball. Nein, du bist rausgekommen. Ja. Stimmt, du hast diese Scheiße MP, ne? Na? Digga, ich spiel Double. Er fiel. Okay, du bist tot. Bye. 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 Wie viel Leben? Wie viel hast du? 7400 Okay, ich bin dann mal weg Haha, habe ich mehr? Ja, du, Digga Du warst sowas von low, Alter Ach, hallo Digga, ich konnte dich hier nicht Das bringt mir jetzt gerade so gar nichts Ja, scheiße Als ob der Bord nicht weggeht Wie viel Leben? Wie viel hast du? Ähm, 5255 Hey! Geil Sag mal, wollen sie mich hier verorschen? Ja, relativ gesagt schon Sag mal jetzt deine Leben Warte kurz Ich muss nicht white bekommen Ich muss nicht einfach white bekommen Wie viel? Äh, 3000 400 3000 noch? Ja Ach, scheiße Jetzt kommt ihr mit der Sky, Junge Ich brauche auch eine Das brauche ich auch So Junge, deine Traps, Alter Ich weiß, meine Traps, Digga Das sind halt Meine Ich kann die ja nicht mal kaputt machen Ja, ist halt das Geile Du bist white Ich hab doch 2000 Leben Ich muss noch eben was einstellen, ja? Nein Junge Digga, du ekelhaftes Stück Scheiße, Alter Wie lange stream ich eigentlich jetzt schon? Digga, du bist so ekelhaft Ey, Chat Ich hab ihn jetzt schon zweimal besiegt Notiert euch das zweimal Alter, wir streamen schon eineinhalb Stunden, ne? Ich glaube, ich stream sogar länger Ich stream auch noch länger Also ich glaube 82 Minuten spielen wir Ich bin seit einer Stunde und 40 Minuten Digga, du bist so ekelhaft, Alter Komm, lass du, Boofs Okay, nee, nee, nee Jetzt geht's, jetzt, 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 jetzt Hab schon irgendwie verlassen, wollte ich nur sagen Alter, Mann, ich hab grad eingestellt, dass man von anderen gebautes nicht abbauen kann Ja, Digga Das heißt, wenn ich dich eingebaut hätte, wärst du am Arsch gewesen Mit den Traps Dann wärst du einfach komplett am Arsch gewesen Ja, ich bin kurz auf Klo Ich gleich Mhm Ja, ich bin kurz auf Klo Ich bin kurz auf Klo Und da war, like Und da war, like Und da war, like Ich bin kurz auf Klo 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 Okay, okay, okay Okay, okay Okay, okay Okay, okay Ey, yo Mida's check Okay, okay, okay Okay, 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 okay Das war's für heute. 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 Ja. Lass mal auch gleich, wenn ich du wäre, spielen. Okay. Stört sich die Hintergrundmusik? Das ist mir eigentlich relativ egal. Ja, okay. Ein bisschen Musik für den Stream. Ja, das war's für heute. 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 Ich lande. Das war's für heute. 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 Ja. Du bist tot? Ja. Das guck, Digga. Anstatt zu dir zu gehen... Nee, Digga. Die pushen mich. Die beiden pushen mich. Mit beiden Pump, Digga. Ja. Ach, Scheiß drauf, Alter. Die Frau wurde, glaub ich, schon gefehlt. Nee, die ist da. Aufpassen. Ich werd jetzt nicht. Ich hab eh gewonnen. Ja. Pfff. Okay, ab zur Lobby, Junge. Ab zur Lobby. Dann zeig mir mal was. In deinem Stream, deine Skins. Äh, warte kurz. Noch nicht. Ey, guck doch nicht in mein Stream rein. Ich muss kurz was machen. Was machen? Ja, bitte noch nicht in mein Stream reinschauen. Wieso? Ich wollte... Ich muss kurz noch was machen. Ja, okay, ich hab Stream geliebt. Okay, gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, was soll ich da? Hä? Ich hab mir was geschenkt. Na klar. Ja, Liga. Wow, was ist denn hier denn, Mann? Ja, okay, welches... Indie entsteht trotzdem dein Skin. Zeig mal dein Spinn! So. Bist du in Stream? Ja. Welches Skin habe ich ausgerüstet? Ähm, jetzt gerade bist du auch Frost-Legende mit Ritterin. Okay. Dann geh mal unter. Digga, dieser ändert mich so was von Wohlan-Energy. Komm, geh weiter unter! Geh einfach runter, ich seh die Skins! Ich seh die Skins, geh einfach runter. Ich bin unten. Ja, gut, 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 gut. Also... Dann spielst du jetzt wieder bis hin hoch, du warst ein bisschen zu schnell für mich? Ja, aha. Digga, ich feier jetzt das Ding hier voll. Du spielst jetzt... Weiter hoch. Aha, weiter hoch. Aha, weiter hoch. Aha, weiter hoch. Ja, weiter hoch. Aha. Ich bin komplett oben. Dann geh mal hier ganz runter. Digga, was willst du denn von mir? Digga, was willst du denn von mir? Digga, ganz runter. Bin ich? Ja, bei mir noch nicht. Geh wieder ein bisschen hoch. Geh wieder ein bisschen hoch. Du bist... Geh irgendwo, ja. Bisschen hoch, bisschen hoch. Mhm. Hoch. Du spielst jetzt... Pili. Auch genannt Banane. Wo? Okay. Die war weiter unten, die Banane. Ich nehm die Banane hier. Nein, die andere Banane. Nee, mir ist scheißegal, du sagst. Ich kann das Banane. Ja, dann... Nein, 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 nein. Dann zurück, zurück, dann nehme ich andere Skin. Nein. Du sagst es Banane. Nein! Ja, ich hab gesagt Banane, nicht Agent-Banane. Ja, trotzdem, das ist eine Banane. Charlie! Ich mein Charlie! Was? Du nimmst jetzt Charlie. Okay. Agent Charlie. Nee, normaler Charlie. Okay. Find ich eigentlich auch. Nice. Gut. Oder nee, der ist zu... der ist zu süß. Nee, Digga! Den kann man nicht sehen. Du hast dich... Du hast dich... jetzt zweimal umentschieden. Ja, okay. Guck, komm, komm. Du musst eh jede Runde wechseln. Oder machen wir die Tür jetzt jetzt durchgehend? Ach, durchgehend? Ja, okay, dann lassen wir... Naja, ja, ja. Das heißt, wir... Nein, du darfst jetzt... Du musst jetzt mit dem Skin spielen und jetzt lassen wir wieder the shark. Ja, ja, ich weiß, das mein dich ja halt. Aber erst müssen wir jetzt eine normale Runde mit Pili spielen. Ja. Digga, was soll ich nehmen? Und dann machen wir jetzt einfach immer wieder abwechseln. Ja. Du musst es jetzt für erst wechseln. Das heißt, danach, ohne Dinge zu landen, darfst du bei mir einen Skin aussuchen. Ja? Hä? Ich hör gar nicht mehr. Als ob du mir einfach ernsthaft den Backpack geschenkt hast, Junge. Irre! Das Ding ist halt, ich wollte die ganze Zeit im Stream, ich wusste das schon. Ja, Digga, du Wichser, Alter. Hihihi. 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 Weil ich dachte, du machst jetzt zum Beispiel so, ähm, du machst jetzt irgendwelche Skins so, dass man die nicht sieht oder so. Du wolltest halt erst die Gruppe verlassen, du Huso. Nein, guck, Digga, ich wollte halt testen, äh, also, ich wollte halt deine Reaktion testen, ob du wirklich drin bist, dann hab ich halt keine Reaktion gehört. Ah, Digga. Bah! Ja. Guck mal, Digga. Ah, fuck, Digga. Wo gehen wir hin? Ich geh full in Mitte. Äh, ja, ja. Ich geh full in Mitte. Ja, okay, Mitte. Oh, Junge, ich darf jetzt nicht sterben, wir müssen die Runde durchspielen. Ich, 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 mit, oh, Junge, gleich bekomm ich so einen richtig fetten Skin, Alter. Soll ich den fettesten Skin aus meiner, ähm, aus meiner Skinreihe gleich nehmen? Brutus. Nein, ich hab noch einen fetteren. Eis auf. Ja. Fetter als Brutus geht nicht. Doch, das geht. Das geht wirklich. Glaub ich dir nicht. Das geht. Doch, das geht. Digga, oh, Digga, guck mal, ich dachte, das passt so, diese, diese Farbe vom Rückenrassenswort, Digga, das sieht so hässlich aus. Eben. Aber das Geile ist, dieses Kleeblatt hinten auf meinem Rücken das Passwort nimmt zu dem Skin, weil's nämlich zum Skin gehört. Das ist dieses Thema da mit diesen, die haben doch im Moment in irgendeiner Stadt die ganzen Dreck in so'n See. St. Patrick's Day. Warum heißt der so? Da feiert man die Iren, weil die irgendwas gemacht haben. Da feiert man die Irren. Na klar, Digga. Jo, ich werde gefeiert. Oh mein Gott, stimmt. Ich werd auch gefeiert. Junge, ach, du danken dir übrigens nochmal, dass du mir diesen geilen Glitch gezeigt hast mit dem Nachladen. Das ist ja eigentlich kein Glitch. Das ist nicht verboten. Das ist ein Fehler von Epic Games, weil die dumm sind. Ja, geht so. Ey, die hassen uns immer noch unseren Plan, ne? Epic Games hasst unseren Plan. Ich versteh nicht wieso. Ich check das einfach nicht. Wahrscheinlich. Bei mir ist, glaub ich, jemand. Ne. Doch, bei mir ist jemand. Ach so, bei dir. Ah ne, der ist wieder zurückgegangen. Guck mal mein Leben an. Einer. Ja, ach, Digga, Mann. Was soll ich denn machen, Alter? Junge, die... Komm, geht rein. Bei mir ist Tommy Gun, Junge. Junge, was soll ich denn machen, dieser fettenkelhafte Skin? Nein. Zurück zur Lobby. Nein. Also muss ich mit dem fettesten Skin aller Zeiten spielen? Nein, komm, Digga. Lass mich jetzt einfach mit den schwitzrigen... Schwitzrigen... ... den Skins spielen. Nein, du darfst aussuchen, was ich für den Skin nehmen, außer schwitzen. Der muss hässlich sein. Digga. Du kannst auch in meinem Stream gucken. Nein, komm, lass dich jetzt einfach, wenn nicht du wär, zu spielen, okay? Ja, aber trotzdem darfst du meinen Skin aussuchen. Ne, ich nur einfach den fettesten Skin. Ich muss dir beweisen, dass es einen fetteren gibt als Brutus. Egal, ich will einfach nur sehen, dass es einen fetteren gibt als Brutus. Also, bist du in der Lobby? Ja. Bist du bereit? Nein. Baa, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der ist fetter als Brutus, Alter. Baa, Digga, das ist so ekelhaft. Das ist einfach fetter als Brutus, ne? Digga, das sieht so ekelhaft aus. Mach es weg. Und ich kann auch noch das Face ändern, warte. Jetzt mach ich mal so ein Zielvisier-Face, ja? Ja. Ja. Jetzt hab ich ein Zielvisier-Face. Was ist das? Oh mein Gott, nein, bitte nicht das. Fuck off. Jetzt nehm ich wieder mein Lieblings-Skin. Gras in der Luft, Gras, Gras in der Luft, Gras in der Luft. Also hier, komplett ist ihres Set. Okay. Mit ihres Beltbling und so. Warte, du hast doch... Warte mal, nee, nee. Lass was anderes machen. Warte, du hast doch bestimmt... Warte, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Hast du diesen Skin? Phil? Hast du diesen Skin, den ich habe? Warte, guck mal. Äh, nee, aber ich finde den auch nicht so nice. Äh, ich... Mein Bruder spielt jetzt, okay? und um einigen jetzt schau ich auf deinem Bruder, wir spielen jetzt! sagt das mal meinen Bruder ok, ja ok, tu dir nichts jetzt ne, tschau, bis gleich nein! nein!